Könntest du mich auch verkaufen? Ich könnte dich versuchen zu managen, ja. Ja? Ja. Doch. Erfolgreich. Du bist aber erfolgreich. Ich würde mich an dich dranhängen, sozusagen. Die Latte nach oben ist noch endlos. Ja gut, okay. Die Latte nach oben ist noch endlos. Könntest du einen Markt organisieren, der mich kauft? Denn wir haben ja von Markt organisieren gesprochen. Na, dass du mich irgendwie mängeln kannst. Oder Kontakte machen und sowas. Der mehr noch bringt als jetzt schon. Ja, da müssten wir uns länger unterhalten. Und da müssten wir genau dem nachgehen, was du wirklich willst. Nur dann geht's. Was nur du bist. Also, weißt du, was ich meine? Die Handbewegung, die niemand anders macht. Die Attitüde, die niemand anders hat. Und genau das nach vorne stellen. Sodass nur die Handbewegung, die Attitüde oder der Filmausschnitt oder was auch immer. Oder diese Sprachsituation. Ja, das ist natürlich mit mir ein schlechtes Beispiel, weil ich ja kein Alleinkunstwerk bin. Ja, aber natürlich ist das Interessanteste, wenn man wirklich versucht, einen Markt zu kreieren. Ja, einen Markt kreieren hört sich jetzt immer besser an. Ja. Ja. Vielen Dank.